Echte Römer! Pfeift auf Cäsar! Sie sind alle gekommen, um den großen Cäsar zu segnen. Seine Triumph zu feiern. Ja, was denn für ein Triumph? Es waren Männer hier. Sechs oder sieben, die ihr Gesicht verwahren vorher. Auf Zeichen habe ich nie sehr viel gegeben. Jetzt macht sie mir Angst. Auf offener Straße hätte eine Löwin geworfen. Gräber hätten sich geöffnet und ihre Toten freigelegt. Und in den Wolken hätten wilde Flammenkrieger gekämpft. Aufs Kapitol sei Blut getropft. Was hast du contribute? Was hast du desse? Was hast du... Was hast du?" Das war's für dich, guys. Tränen für seine Liebe, Freude für sein Glück. Ihre seine Tatverkeit, aber den Tod für seine Machtgier. Wie oft wird er sein Theaterblut? Wir sind Geschichte. Er ist Staub. So oft es auch geschieht, mit uns auf Bund zu gepriesen werden als einer, der dem Land die Freie reichen kann! Freiheit! 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 So soll es sein! Caesar ist tot! War das ein Sieg für Rollen? Es ging nicht anders. 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 Sie hat die Demokratie in der Globalen Regierung. Wir verloren die Demokratie in der Globalen Regierung. Es ging nicht anders. Cäsar ist tot! Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Magathor! Was? Du hast die Scherz! Ihr alle habt doch den Toten einst geliebt. Nicht ohne Grund. Und welcher Grund hält euch dann davon ab, mit mir um ihn zu trauern? Und wenn ich. Untertitelung des ZDF, 2020